Heute startet die Unterstützung des Frauenvolksbegehrens. Dieses Frauenvolksbegehren steht unter anderem für eine gerechtere Arbeitswelt, Verteilungsgerechtigkeit, Gewaltprävention und moderne Aufklärung. Wir als Vorsitzteam der EU-Bundesvertretung unterstützen diese Forderungen einer gleichberechtigten Gesellschaft und unterschreiben deshalb schon heute. Unterschreib auch du ganz einfach in jedem Gemeindeamt, auf den magistratischen Bezirksämtern oder online mit deiner Bürgerinnenkarte oder Handysignatur. Es ist Zeit! Dann mal was! Dann mal was!